Ganz flüssig. Hallo, hier ist wieder eine neue Ausgabe des Ein-Minuten-Stars. Heute mit Kathleen Gavlig. Juhu! Jeha! Äh, okay. Ja, Kathleen, was sind denn deine bekanntesten Projekte? Was sind deine größten Erfolge? Also, meine größten Erfolge sind, äh, ein Pflaster auf der Stirn zu haben. Nein, nur meine größten Erfolge sind, glaube ich, Sandy aus Spongebob und Linda aus Lucifer momentan, ganz aktuell. Und dann gibt es noch was Schönes demnächst, aber darüber darf ich noch nichts sagen. Aber es hat totalen Spaß gemacht und es erinnert an die Simpsons. Ja, eine sehr ungewöhnliche Stimme und ein sympathischer Star. Kommt morgen wieder, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Star. Juhu! Herzliche Grüße!